Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Runde Star Wars Battle von Beta, mal wieder mit Ariana. Hallihallo. Und wir wollen euch jetzt den Modus Dropzone ein bisschen zeigen, wie das so läuft, wie das abgeht und dass das ziemlich hektisch werden kann, werdet ihr gleich sehen. So, jetzt drücke ich hier oben auf den Invite. So, jetzt müsste ich... Bist du auch gerade joining Match? Ja, ich bin schon im Lagescreen, schon die ganze Zeit. Oh, okay, weil bei mir steht er gerade runter, aber wir sind... Ich könnte jetzt quasi schon loslegen, aber ich gehe mal kurz in die Unlocks. Ja, ich habe den Blaster. Also ich könnte jetzt starten, ja, also wird mir angezeigt. Mir auch, aber ich habe gerade Likes aus der Hölle. Okay, ich starte einfach mal. Ja, wir sind auch auf einem Server, alles gut. Aber wir sind keine Partner, kann das sein? Doch. Echt, ja? Mhm. Dann starte mal, damit ich bei dir joinen kann. Hast du... Ah, jetzt geht's, alles klar. Wunderbar, okay. Ich bin drin. Wunderbar. Ja, erst mal vor uns. Jetzt war einer vor uns. Da oben auf dem Hügel beim Pott direkt wieder. Ja, das Ding kriegen wir, das ist... Das kannst du vergessen. Naja. So, ich habe jetzt hier schon mein Scharfschützengewehr. Womit ich natürlich nur unter dem schieße. Mal gucken. Oh nein. Okay. Ja, wir haben den Pott zwar eingenommen, aber ich bin kurzfristig gestorben. Aber ich werde mich jetzt rechnen. Oh nein. Hier ist der nächste Pott. Jetzt komme ich, ich komme schon wieder aus dieser Heißgeschichte nicht raus, doch jetzt. Verdammt. Verdammt, verdammt. Der Drifter mit dem DH-17. Okay. Und ich werde mal ganz kurz sehen, den Spiele-Modus hier erklären. Oh, ein abgestürzte X-Wing. Wo kann man das Cockpit sehen? Das wäre es natürlich sehr nice. Also ein bisschen den Spiele-Modus erklären. Und zwar geht es darum, es spawnen hier irgendwo zufallsgeneriert Pots. Und die muss man einnehmen mit E. Man muss E gedrückt halten. Und dann... Ach, diese Schänze ist doch überall. Und dann wird quasi dieser Ring, wie man hier vorne sieht, der läuft dann irrt, der schließt sich irgendwann nicht tot. Und dann hat quasi die Seite den Pott erobert, welcher zuletzt dran war. Und dadurch gibt es dann Punkte. Und ich glaube, das gibt es zum vierten oder bis zum fünften. Irgendwie so. Und dann ist das Spiel auch schon wieder rum. Das ist 8 gegen 8, wie man hier gut sehen kann. Und sehr, 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 sehr wuselig. Meiner Meinung nach. Und auch nicht so ganz wichtig. Spiel auf die 1. Oh Gott. Ja, das ist natürlich jetzt... Oh, wir haben es geschafft. Na, der hat mich wohl. Dann ist rechts und jetzt... Okay, das daum. Ja, ich... Hab voll vorbei. Ja, ähm... Hab ich. Und vor dir auch. Granate von mir. Ja, Granate von mir. Wir müssen uns den Pott kreuen. Ich guck mal schnell. Oh, nice. Boom. Weck auf uns, genau. Oh Gott, Granate. Granate. Wieder hinter uns. Vor uns. So, da kommt noch einer. Den habe ich noch gesehen. Da ist er schon. Boah, der hat mich noch erwischt. Okay. Du bist noch im Spiel. Oh nein. Ja, bin ich. Aber jetzt gerade eben weg. Ja. Das ist schon mehr geschützt. Schade, 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 weil... Oh, wir haben das Ding gleich. Wir haben das Ding gleich. Oh. Bitte, bitte. Ja, deswegen, deswegen, deswegen. Oh Gott. Oh, haben wir. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir auch die Frau aufs Alle kriegen. Aber ich glaube, das wird nichts. Ne, die werden alle, glaube ich, gesnackt. Oh, 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 oh. Also, hier ist... Action, ohne Ende. Ja, aber ich bin auch direkt wieder dabei. Oh, hinter uns irgendwo. Ich bin schon fast tot. Da oben, auf dem Hügel. Ab ihn, mit der Granate. Ja, sehr nice. Oh, das ist ein anderer, nice. Oh. Oh, ich habe zehn Lebensenergie. Ich muss 31. Genau, das ist auch so ein Ding, wenn man sich in die Ecke stellt. Da kann man ein gesundheiteregenerieren, wie ihr gerade gesehen habt. Ja. Man muss jetzt nicht unbedingt stehen bleiben. Es reicht einfach nur, wenn man gerade nicht im Gefecht ist, quasi. Granate. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ich bin gerade dabei, das Ding noch zu verteidigen. Aber die holen sich das hier einmal nach dem anderen. Ja. Na, ich bin tot. Ich habe es scheiße. Ja, guck, dass du zu mir... Oh, in dem Moment bin ich gerade. Leider. Ich habe es gemerkt. Mit einer Granate in die Luft gejagt worden. Schade. Auf eine Leiche geschossen. Quasi. Ist das gerade umgekippt, als ich schießen wollte. Rechts ist wieder einer. Und von uns auch. Und überall. Und überall. Und überhaupt. Und hoch. So, Partnerstadt gehen wir denn nicht. Ja, ich glaube, den Pott kriegen die. Oh, guck mal, über uns. Keine, der Kreuzer. Oh, ich kann jetzt gerade auf mich gucken. Ich bin mitten im Gefecht. Das muss man genießen, hallo? Und von hinten auch noch direkt. Oh. Oh. Hab ihn. Und das letzte Power-Up. Oh, yeah. Power-Up. Thermal-Emploder. Oh, ich bedroht. Oh, oh. Oh. Boah. Vier Stück kommen da angerannt. Jetzt kann ich gleich mal zeigen, wie mächtig der Thermal-Emploder ist. Oh, ja. Wenn wir da hinkommen. Ich hab ein Turret. Ich würde das gerne aufstellen, bevor wir wieder geschnetzelt werden. Ich finde diese Säure drin. Ach ja, genau. Es gibt hier so kleine Löcher. Da fährt man rein. Das ist nämlich dieses hier. Nein. Das wäre ich auch fast reingefallen. Und dann bekommt man Schaden. Wo ist der Escape-Port? Das war's. Ja, schade. Ich hab zwar ein Turret aufgestellt, aber das hat nicht wirklich viel gebracht. Oh. Uiuiui. Direkt da reingejoint. Hinter uns. Hinter uns. Ich kann nicht. Ja. Der Graf Dörter hat mich hier... Verdammt. Nein, das ist gerade ausgezahlt. Ja, gerade eben. Ich wollte gerade draufklicken, da war's wieder weg. So. Ja, 2-2. Es ist auf jeden Fall hart umkämpft. Ja, aber das kriegen die... Und... Nein. Oh Mist, ich bin... Ah ja. Okay. Ja, ich auch. Graf Dörter mal wieder. Ja, meine Maus hängt immer noch. Wo ist Kalle? Wo ist Kalle? Das ist nicht Kalle. Wo ist Kalle? Ah, da ist Kalle. Nur Kalle. Ach, der Kreuz. Genau. Der Kreuz hat wieder, ne? Kalle. 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 Oh, ich bin 36 Meter davon entfernt und der Gegner hat. Aber der ist recht tot. Und zwar jetzt. Au. Nein, haben Sie echt? Ja. Ich nehme aber einen. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Und... Nein, kurz davor. Oh nein. Mich tötet immer exakt der gleiche. Ich habe ihn aber geholt. Ich werde immer vom Graf Dörter getötet. Immer. Ja, und ich habe nicht gerecht. Ja, sehr gut. Sehr nice. Uh. Oh, oh. Hinter uns? Nein? Nee, nee. Der ist schon down. Das Ding brauchen wir ganz schnell. Oh, oh. Ja, da kommen sie auch schon. Nein. Boah. Ja, der Schild ist super effektiv. Ja. Wenn der Typ mit dem Schild da hinrennt, das stimmt schon. Ja, der hat den, glaube ich, auch, ne? Hat er. Ja, hat er. Ja, sehr nice. Also müssen wir hin und defenden. Mhm. Na, komm. Den packen wir uns jetzt. Hoffe ich doch. Rechts von uns. Auf dem Hügel, wo der hier steht. Ah ja. Genau, ich sehe ihn. Boah, die kann man dann nur unter dem. Ich gehe jetzt auch hier entfernen. Na, komm. Oh, nice. Oh, hier. Links ist auch einer. Das ist das schönste, das zusammenspielt. Ja. Oh, ja, Granate. Oh, 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 ist gut. Nein, jetzt haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Da ist noch einer, der hat eine Granate gerade geworfen. Alles gut, ist schon. Haben wir. Ja, okay, sehr gut. Da läuft noch einer. Oh, Leute, schon zu Ende. Ja, nice läuft bei uns. Unentschieden. Ja, auch okay. Hm. War auf jeden Fall ein sehr spannendes Match diesmal, ne? Ja. Das war jetzt mal so, ja. Bestimmt. Wie lange ging das jetzt eigentlich? Ähm, neun Minuten. Neun Minuten. Ja. Na gut. Das heißt, eine zweite wäre noch drin. Würde ich auch sagen, ne? Bleiben wir direkt drin? Ja, genau. Dann sind wir jetzt wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? Dann sind wir jetzt Imperium. Ich hoffe es endlich. Ich liebe das Imperium. Genau, haut es in die Kommentare. Komm, hier. Imperium oder Rebellen? Das ist ganz wichtig, ne? Ganz wichtige Frage. Denn die gute Ariana ist hier für die Rebellen und ich für das Imperium. Ist ja klar, Imperium ist ja vorne, ne? Das ist natürlich, also die Rebellen haben die cooleren Charaktere. Willst du mich rollen? Ja, okay. Ert von D2 ist in Ordnung. Hallo. Ich meine Darth Vader, ja? Oh. Reached Rank 5. You have reached the maximum rank of your Open Beta Career. Well done. Ähm. Ich habe Ladebildschirm des Todes. Ja, Rang 5 ist das höchste, was du kriegen kannst in der Beta. Ja, genau. Oh, ich habe das Jumpback freigespielt. Haha. Und was habe ich denn? Mehr oder weniger. Ich habe immer noch Rang 3. Eine Ionen-Granate? Achso, okay. Aha. Ich habe hier den Temate, den hat, die Ionen-Granate. Cycler-Rifle? Aber ich lasse das mal so. Cycler-Sniper. Mh, alles klar. Hast du gewollt, was ich zu sagen? Ich versuche es nochmal mit einem Gewehr. Versuch es mal. Ich bleibe bei dem... Im Blaster. Nee. Ich hole mir jetzt... Ja, wobei doch, es ist ja... Gut, das eine ist eine Blaster-Pistole, das andere ist ein Blaster-Rifle. Genau. Gut, okay, ja. So, dann... Auf. So. Match Start. So, und... Partner Start. Auf geht's. Ja, und direkt schon den Ersten. Oh Gott, links, 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 links. Ja. Ich war gerade auf einen fokussiert. Alles gut. Hast du ihn ja, ne? Ist das hier? Nee, nee, ich bin tot. Oh, äh, links. Links von uns. Boah, ist der. Granate, hat sich gleich. Uh, von rechts auch. Ja, habe ich auch. Ja, kommt der nochmal raus. So, ist der. Uh, was machst du? Ja, oben. Nein, der hat mich noch erwischt. Ja, der hat sich aufgegriffen. Du spielst irgendwie einen weiblichen Charakter, habe ich gerade gehört, der hat voll geschrien. Ehrlich? Ja, volles, voll laut, volles Rohr. Oh, oh. Das musst du dir nochmal anhören in der Aufnahme. Ob die das wirklich anhand des Origin-Accounts irgendwie entscheiden und aussuchen? Ich glaube, das hängt damit zusammen, welche Waffe du nimmst. Weil im Koop bin ich ja auch ein Weibchen gewesen, ne? Und du ein Männchen, also... Du ein Männchen und Weibchen, ja. Nee, ähm, das... Oh, voll in die Granate. Das ist direkt der Graf dort schon wieder. Das ist mein Erz-Enemy, echt. Aber das kann ich mir kaum vorstellen. Ich glaube, das hängt so ein bisschen mit der Waffe zusammen. Weil in den Filmen war es auch eher so, dass die Frauen einen Blaster hatten. Äh, so eine Pistole. Ja, aber ich hab ja jetzt keine Pistole. Ich hab ja das Gewehr. Das ist ja eben genau der Punkt. Vielleicht ist er auch zufallsgeneriert. Je nachdem, wenn man es braucht, ist man vielleicht mal so, mal so. Das weiß ich nicht. Ja, den kriegen wir nicht mehr. Ich würde denen das schon zutrauen, dass sie das... Na komm, ich mach mal eine Kamikaze-Aktion. Nein, haben wir nicht. Nee, nee. Aber ich hab'n Gegner, glaub' ich, mitgenommen, jetzt grad noch. Und die Power-Ups. Lol, ich hänge fest. Lol, ich hänge fest. Ich muss wieder selbst die Luft sprengen. Das geht nicht. Äh, ich hänge fest. Hallo, hier. Oh nein. Für mich, für mich, die Gegner zu mir. Wo ist ein... Nein, gerade. Hilfe, ich hänge fest. Nein. Oh, lol, jetzt. Lol. Und dich kriegen sie nicht. Das ist ja lustig. Jetzt geht's auch wieder. Ich hab' auch'n Power-Board gesammelt, weil es hier noch lag. Oh, normalen Pläude. Ich bin tot. Ja, ich auch. Scheiße. Das ging jetzt aber. Das waren gefunden, dass sind wir die direkt zwei auf einer Stelle. Ja, ein bisschen. Oh Gott, hier sind so viele. Okay, da hinten ist der Pot. Aber den kriegen die auch wieder so, wie das aussieht. Ja. Ich sag' halt, die Rebellen sind halt besser. Die sind nicht besser. Sie liegt einfach nur im Team. Ich lerne auch nie zu zielen. Oh nein. Hänge diesen Sumpf wieder. Nein. Oh. Reingartig. Mit dem Blaster. Ach man, das gibt's auch nicht. Boah. Ich werde immer mit einem Headshot. Sieht man das? In der Kammer. Sieht man das? Ja, klar. Du merkst das natürlich. Wenn direkt ein One-Hit kommt. Ach so, ja. Stimmt. Ich brauche mir 3000 Jahre, bis ich da mal einen Kopfschutz setze. Hm. Was ist das? Boah. Ja, ich bin schon gefallen. Mein Gott. Ja, ich auch. Boah, lecker mio. Also, diese Runde läuft ganz anders. Ja, also das können wir vergessen. Aber, ähm, es liegt daran, als Rebell kämpfe ich besser. Was? Ja, ist so. Wieso das denn? Oh. Oh, der Stützer. Jawohl. Erster. Oh, nice, 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 nice. Wir haben das Ding erobert. Ja, zweiter weg. Oha. Jetzt, jetzt hat mich einer mitgenommen. Oh, Kopfschuss. Jetzt habe ich gerade auch einen Kopfschuss verteilt. Quickshot. So, auf geht's. Jetzt kommt der erstmal hier gleich mein... Puts. Riss das. Genau, Granate. Oh, viel zu weit. Ja, der ist auch weg. Ja, das Ding sollte uns gehören. Oh, oh. Von oben. Von oben? Oh, ja, stimmt. Ja, ich habe ihn aber. Nett. Jetzt kommen hier gleich ein bisschen Power-Ups. Denkt man. Boah. Oh, oh. Ich muss hier erstmal weg. Oh, Smart Rocket und so. Ja, ich habe auch einen Thermal-Imploder. Oh, nice. Oh, Gott. Ich werde sterben, bevor ich den einsetzen kann. Ich bin auch gut. Ne, ne, den behältst du. Kraftdörte ist das wieder. Hat er dich auch? Mich auch. Es ist immer der gleiche. Echt, den behalte ich? Ja, ich habe meinen auch noch. Ich habe den Raketenwerfer. Jawohl. Tatsache. Wie cool. Ich glaube, wenn du unmittelbar danach nicht stirbst, dann behältst du den. Und das ist halt bei Fahrzeugen so. Wenn du das gerade aktivieren willst und wenn er sich hinkniet, dann verlierst du den zum Beispiel wieder. Das finde ich auch ein bisschen sehr ätzend. Weil ich finde, wenn man den hat, sollte man den noch haben und nicht dabei getüttet werden. Das finde ich ein bisschen doof. Ja, das stimmt. Granate. Hier sind so Raketenwerfer. Oh, Achtung, Deckung, ne? Hier geht es jetzt richtig gut zur Sache. Boah, ich sehe es. Ich nehme es gerade ein. Bitte, 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 bitte. Hab ihn. Hast du ihn? Ja, hab ihn. Oh, oh, da kommen sie. Von hinten. Ja, nice. Man fällt halt auch schon wieder im Start. Boah. Fährt frei, Band hat die Spiele. Nein, Granate. Ja. Dich auch? Ja, ja. Ja, okay. Oh, ist das schön. Ja, aber sehr hektisch. Sehr, sehr hektisch. Ja, das ist sehr, sehr, sehr hektisch, ja. Aber die Runde ist relativ ausgeglichen, sag ich jetzt mal, ne? Also, ja, jetzt wieder, eben was, er sah es ja ziemlich schlecht aus. Ja. Aber jetzt, äh. Ja, wir haben drei. Ja, die haben sich alle Powerops geschnappt. Oder? Ne, noch nicht alle. Scheiße. Ah, das ist sofort. Ich versuche ihn ein, zudem schnell. Ich hab das gar nicht gesehen. Und ich hab ihn. Oh, fuck. Oh, das ist ein Scheik. Ich bin tot, links von dir. Links von dir, links von dir. Ja, aber... Boah. Ich sehe ihn gerade auf der Map hier. Ja, wer Graf Dörte schon wieder. Graf Dörte. Graf Dörte, wenn du dieses Video siehst, lass einen Kommentar da. Genau, richtig. Ich hab noch ne Rechnung mit dir zu bekommen. Mein lieber Fall hier. Wo sitzt der denn? Ach, da hinten am Auge. Ja, den hab ich. Rechts von dem ist einer sein. Oh, ja. Der hat mich... Ja. Ich hab dir nicht gesehen, dass der neben mir war. Ab ihn. Aber das macht anderen, den sich nicht. Ah, der hat mich. Okay. Aber ich bin... Nein. Ich war kurz gejoint und dann bin ich wieder rausgeflogen. Weil du gerade gestorben bist. Das ist auch mies. Also da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, würde ich sagen. Ja. Wir müssen das Ding vorliegen einnehmen. Daran müssen wir jetzt arbeiten. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ich auch. Ich nehm's gerade auch ein. Ich bin zweiter. Ah, jetzt hat's mich. Ich bin zweiter auf dem Weg. Graf Dörte, von rechts. Mist. Boah. Ich bin da. Wir haben's auch noch. Ja, ich hab's auch wieder. Oh Gott, Galat, drei Stück. Ja, ich bin. Boah. Da wäre ich jetzt gerade was. Ich komm hier. Ja, Mist. Mich hat's. Mich hat's direkt danach. Mist. Ich auch. Mich auch. Na ja, die Zeit läuft doch gleich ab. Und wir führen aber noch. Und wenn sie das Ding jetzt einnehmen, ich würde da unentschieden. Ja. Und dann ist, äh. Ja. Unterbomber. Nice. Wieder Kraft Dörte? Ich glaub's nicht. Nein, wir krieg ich's nicht mehr. Aber egal, die sind noch ein paar Vorhaben. Die werd ich mit einem Fritz snacken. Hab eins. Sehr gut. Oh, nice. Proximity Bomb. Und noch eins. Terminal Imploder. Jawohl. Oh yeah, nice. Wow. Alter, ist das wuselig. Hm, ich bin tot. Scheiße. Mann. Ich konnte. Oh nein. Ja, ich seh. Ach, ja, klar. Der Malte Donator. Ach, da ist der Pott. Genau. Haben wir das Ding? Ähm, ja, wir haben ihn. Wir müssen ihn defenden. Ich hab mich selbst getötet. Nein, wie? Wie hast denn das gemacht? Mit dem Terminal Detonator. Oh, wir müssen hoch. Wir müssen hoch. Die ganz falsche Richtung. Warum auch immer. Ja, ich, ähm, keine Ahnung. Oh, hier war grad. Uh. Oh, ganz, ganz falsch. Ich hab gedacht, ich könnte abkürzen. Nicht mit mir. Nein. Ich schaff's nicht mehr. Rechtzeitig. Ich bin immer noch dran. Ah, Mist. Und wenn sie rankommen, ist hier eh noch eine Mine von mir, die gerade ausgelöst hat. Nein. Ich wollte grad den Terminal, äh, Dings da starten. Achtung, weg da, weg da, weg da. Boah. Oh. Du hast mich... Ich hab mich selbst getötet. Ne, mich hast du nicht getötet, aber ja, dich selbst. Wir haben gewonnen. Schönes Ding. Also, Freunde, ihr seht, wie hektisch das ist. Richtig. Ja, Arianna hat rank 4 erreicht. Ja, weil... Daumen dafür da lassen. Und, äh, ja. Ihr seht, es ist mega hektisch. Aber irgendwie kann es auch so ein bisschen Spaß machen. Irgendwie. Ja, das stimmt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann nochmal im Walker Assault. Ne? Genau. Viel Spaß und bis dahin. Möge die Macht mit euch sein. Ja. Hahaha.